Mein Name ist Ralf Hirsch, ich bin der Sportdirektor von Anhalt Sport e.V. in Dessau, ein gemeinnütziger, eingetragener Sportverein in der Stadt, der sich als Zielstellung gegeben hat, Sport-Events in Dessau und in der Region zu organisieren. Sport-Events im Kinder- und Jugendsport, im Breitensport und im Spitzensport, in den Olympischen Sportarten. Diese Herausforderung haben wir uns gestellt und die Idee dazu kam, da ich 25 Jahre lang Sportdirektor in der Stadt Dessau war und die Sport-Events dort als Stadt eingeführt habe, das fortzuführen. Und daraus resultierte die Gründung 2014 von Anhalt Sport und wir versuchen jetzt also diesen Weg erfolgreich weiterzuführen. Ja, ich bin heute Gast in Sachsen-Anhalt, Podcast bei Stefan B. Westphal und wir reden über das Thema Sport, Sport-Events in unserer Stadt Dessau. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt Ja, die Uhren ticken im Hintergrund und wir sitzen heute 30 Jahre gesammelte Sporterfahrung gegenüber im Organisieren von Sport-Events. Ralf Hirsch. Ja, ich kann natürlich nur für bestimmte Dinge im Sport in Dessau reden. Das ist ganz klar. Ich würde mir nie sagen, dass ich jetzt für den gesamten Dessau Sport reden kann. Also diese Anmaßung würde ich natürlich nicht treffen. Aber ich kann über die letzten 30 Jahre beziehungsweise noch länger, da ich vorher auch noch 12 Jahre beim Stadtsportbund war, als Hauptkreis-Sportlehrer zuletzt dort tätig war und dort natürlich mein ganzes Leben mit dem Sport beruflich zu tun hatte. Also ich konnte mein Sport oder mein Hobby zum Beruf machen. Das kann nicht jeder von sich sagen. Ich war in der glücklichen Lage als Fußball-Profi, als Fußball-DDR-Profi angefangen zu haben in Chemnitz und Leipzig und Dessau und dann praktisch mein Hobby zum Beruf gemacht und habe natürlich versucht, in den über 40 Jahren, wenn man so will, den einen oder anderen Impuls für den Dessau Sport zu setzen. Das alles zu erzählen, da würde drei Stunden sicherlich nicht reichen. Darum würde ich auch nur auf kleine oder auf wenige Dinge eingehen wollen oder die bestimmte Dinge nennen, die vielleicht wirklich interessant sind, wo man sagt, Mensch, das hätte man gar nicht so eingeschätzt, das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich hatte schon als aktiver Fußballer und Sportler immer so, oder ist das Gefühl gereift, dann auch selber neben dem Sporttreiben etwas zu organisieren. Und einer meiner größten, oder das war vielleicht der Anfang meiner Sportevent-Laufbahn sozusagen, war die Organisation in der Wendezeit, also 1990, in dem natürlich von außen alles reinströmte in Dessau und wir eine Veranstaltung in der Anhalterrena, wo sich das ergab, eine Veranstaltung zu machen im Frestling. Ich wusste gar nicht, was Frestling ist damals, vor 90. Ich habe mich dann schlau gemacht und da kamen da, ich sage mal, dickbäuschige und unsportlich aussehende Menschen aus den USA, die gesagt haben, ja, wir könnten hier einen Wettkampf machen und ich sage, okay, klingt interessant, haben wir gemacht. Und zweimal, zwei Tage hintereinander, die Arena, die damalige ZAB-Sporthalle in Dessau, war ausverkauft, über 2000 Leute gingen rein und Mitte der ersten Veranstaltung flogen die ersten Cola-Büchsen und Zeitungen und was weiß ich auf den Boxring in der Mitte, wo die das Frestling durchgeführt haben. Und Puh-Rufe, da habe ich gedacht, oh weia, was ist das denn, weil die da eine Show abgezogen haben, weil keiner der Zuschauer scheinbar wusste, dass das eigentlich eine Show ist. Und ich selber ja auch nicht. Dann bin ich am Abend, das war ein US-Amerikaner, mehrer Weltmeister und was weiß ich alles in diversen Verbänden, Gewichtsklassen, die ich alle nicht kannte und habe den gesucht. Und habe den, kann ich heute ja auch nicht mal sagen, in irgendeiner Gartenlaube gefunden, weil der in seinen kurzen Aufenthalten, dass er eine Freundin gefunden hatte und der in der Gartenlaube, dann habe ich gesagt, also pass mal auf, so geht das ja auch nicht, morgen kommen ja nochmal 2000 Leute, hier muss ein richtiger Wettkampf gemacht werden, du kannst doch nicht so eine Show bieten. Da hat er mich angeguckt und gesagt, was, das ist doch Show. Naja, wir haben dann Kompromiss gefunden, wir haben am nächsten Tag dann mehr Schwerpunkte auf den Wettkampf gelegt und die Show-Teile, für die nicht Wissenden das auch noch etwas zurückgehalten. Ich sage mal, das war der Einstieg für mich persönlich mit zwei Tagen, zweimal ausverkaufte ZLB-Halle, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Und so bin ich in diese Balance hineingekommen, wo ich dann gesagt habe mit jungen Jahren, oh, das ist doch was für Dessau, wenn wir hier ständig interessante Sportevents haben und für mich selber auch, um mich zu entwickeln und daraus was zu machen. Und wenn wir jetzt 30 Jahre in die Zukunft hopsen, ist das ja super gelungen. Also ich sage mal, das Leichtathletik-Meeting zum Beispiel, viele, viele andere Sportveranstaltungen, wo ja die Crème de la Crème der Sportler hier mit in Dessau war, sind, wenn man das so sagen kann, auf ihr Mist gewachsen, so in Anführungsstrichen. So, und dann kommt 2020 mit Corona. Ist das jetzt vielleicht auch die Chance, sich einfach nochmal neu zu erfinden oder ist es einfach nur blöd? Ja, beides. Es ist blöd, Corona ist blöd. Aber es ist halt da und nicht wegzuleugnen. Also der Virus ist da, weil natürlich auch viele Menschen gibt, die das anders sehen. Aber ich denke, so realistisch muss man schon sein. Also der Virus ist da und der Schaden ist gewaltig. Wenn ein paar tausend Menschen in Deutschland gestorben sind, ist das ja schlimm genug. Und man sieht die Auswirkungen. Also das ist Fakt, das ist da und man muss damit umgehen. Und es verändert einen natürlich auch. Und man muss aufpassen, dass man nicht alle Dinge über Bord wirft oder viele Dinge kaputt gehen. Das ist auch ganz klar. Also es ist eine riesige Herausforderung für alle Menschen. Egal wie alt, ob das Kindergartenkind oder noch kleiner Kinderkrippe, ist das eine riesige Herausforderung. Man merkt es vielleicht noch nicht bis hin zum 90-jährigen oder älteren Seniorin oder Senioren, die teilweise dann um ihr Leben kämpfen oder gucken, wie komme ich denn in dieser Corona-Welt jetzt zurecht. Also es ist für alle, egal, jung, alt, groß, klein und in welcher Situation, Lebenssituation man sich befindet, eine riesige Herausforderung. Und wir tun alle gut daran, eben die zu meistern, dazu beizutragen, diese Situation zu meistern, dass es allen am Ende irgendwie wieder bald gut geht und eine gewisse Normalität wieder einkehrt. Und es wird manches eben nicht mehr so, wie es früher war. Und manches, auch im Denkprozess, muss sich was verändern, was ja dann gut sein kann, dass man mit solchen Unwägbarkeiten und mit solchen Dingen lernen muss, umzugehen, auch in der Zukunft. In der Phase zwischen den beiden Lockdowns gab es ja dann doch das Leichtathletik-Meeting 2021, so weit sind wir noch nicht, weil wir 2021, da können wir vielleicht nachher nochmal hingucken. Was wurde da neu gemacht? Was haben Sie da vielleicht modern gedacht? Wo haben Sie da vielleicht schon angesetzt, um zu sagen, okay, hier setzen wir jetzt mal den Hebel an? Ja, also wir waren natürlich wie alle erstmal davon überrascht, das ist klar, und haben aber auch wie viele andere versucht, Wege zu finden und es auszuloten, Menschenskinder, was können wir denn tun? Es muss doch irgendwie weitergehen. Und es wäre ja traurig, wenn das ein Bach runtergeht. Also es ist nicht das Wichtigste auf der Welt, auch nicht das Wichtigste in Dessau, der Sport, aber der hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, auch in allen Lebensbereichen. Und das ist immer mein, das lebe ich auch selber und bin ich überzeugt davon, der Sport hat eine unheimlich prägende und wichtige Wirkung bei vielen Menschen. Und auch das ist gut, auch nicht nur das intensiv aktive Sporttreiben, auch derjenige, der sich mit der Thematik an sich beschäftigt und spazieren geht und sagt, das ist gut für mich, auch das hat am Ende mit dem Sport zu tun. Also auch in allen Lebensbereichen eine sinnhafte und wichtige Funktion, die der Sport in der Gesellschaft auch bei uns ausübt. Und das als Ansatz zu sehen, klingt vielleicht jetzt ein bisschen zu groß oder zu umfassend, aber im Detail ist es auch so, wir haben uns dann Gedanken gemacht, was können wir denn trotz Corona und mit Corona 2020 tun? Und wir wollten unbedingt wirklich alles, aber auch alles ausloten, ob wir die eine oder andere Veranstaltung machen können. Und das Meeting wäre ja, ich glaube, am 20. Mai gewesen. Das musste man nur demzufolge absagen. Und in der Corona-Hochzeit während des ersten Lockdowns war es anfänglich schwierig, darüber nachzudenken, wird das dieses Jahr noch was oder wird es nicht? Weil viele auch gesagt haben, das ist gegessen und eine Veranstaltung dieser Dimension kriegt man eine Nio-Nio-Nummer hin. Wir haben uns dann auch herangetastet. Wir hatten eine der allerersten Veranstaltungen, das heißt, die erste Sportveranstaltung in Sachsen-Anhalt, ob es wirklich so ist, wissen wir auch gar nicht genau, aber einer der ersten auf jeden Fall. Klingt vielleicht jetzt witzig, aber ist es auch, aber auf der anderen Seite wiederum nicht, weil es doch Impulse gegeben hat, ist der Dessau-Working-Tag. Das ist eine reine Breitensportveranstaltung, die seit 17 Jahren wir machen, also vorher in der Stadt, mit dem LAC, also mit vielen Partnern, immer gemeinsam. Das trifft auf alle Veranstaltungen zu. Also es bin nie ich alleine oder zwei Personen oder so. Das sind immer ganz viele Menschen, die sich engagieren. Klar, einer oder zwei, drei Leute müssen bestimmte Prozesse lenken und leiten, das ist schon klar, aber es gehören immer ganz viele Partner dazu. Und dieser Walking-Tag, der sehr beliebt ist bei den Menschen, eine kleine Breitensportveranstaltung, eine sehr schöne im Stadion, Start und Zielen, dann in die Natur hinaus, in Naturschutzgebiet, Biosphärenreservat, Mittlere Elbe, in den Tiergarten, also traumhafte Ambiente, der war ja auch ausgefallen durch Corona. Und am, ich glaube, am 14. oder 21. Juni, also Mitte Juni, haben wir dann gesagt, nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und mit Sportamt, mit dem Ordnungsamt, also mit allen Ämtern dieser Welt, in Dessau haben wir sozusagen die Abstimmung gemacht. Da haben wir gesagt, wir haben eine Idee, wir müssen doch was tun. Corona ist da, aber sich an der frischen Luft zu bewegen, ist ja richtig, auch um Corona zu begegnen, um die Sinne freizukriegen, um die Mobilität und um aktiv zu werden, um mit dem Ding auch besser zu leben zu können. Also all die Facetten, die in der Tat dann vorhanden sind, haben wir da erstmal mit Ideenreichtum reingepackt und zu sagen, ja, das müsste man versuchen. Und haben wir wirklich in unserem kleinen Organisationsgremium bei Anhalt Sport haben wir uns hingesetzt und haben dann gesagt, mein Gott, jetzt bereiten wir das alles vor, vielleicht kommt da ja keiner, kann ja sein. Und haben gesagt, okay, vollkommen egal, wir gehen das Risiko ein. Was heißt Risiko? Es ist viel Arbeit, die drinsteckt, noch ein bisschen Geld und haben das gemacht. Und jetzt bringe ich es auf den Punkt. Wir haben diesen Walking-Tag durchgeführt und es war, glaube ich, der 18. Also 18 Jahre, es war Rekordbeteiligung. Also die Menschen, auch mit Maske, als sie ins Stadion kamen, es war strahlender Sonnenschein, es waren äußere Bedingungen, die man hätte nicht besser malen und zeichnen können. Es war also alles toll. Die Menschen waren begeistert und wir waren es auch. Und das ist ja wichtig, also diese Wechselbeziehung. Wir hatten, also das sage ich jetzt mal, das ist Walking-Tag Weltrekord. Wir hatten drei Fernsehsender da mit drei verschiedenen Fernsehsendungen, die dann über den Walking-Tag im TV-mäßig berichtet wurden, als ob das eine Weltmeisterschaft war oder ein Teil der Olympischen Spiele. So haben wir gedacht, fühlte sich das an. Aber es war schön und haben damit Impulse gesetzt nach außen, aber auch nach innen. Also uns selber sozusagen motiviert. Und das war dann auch der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, na, unser Leichtathletik-Meeting, was dann tatsächlich eine Weltklasse-Veranstaltung ist oder den Anspruch wir haben und Weltmeister, Olympiasieger, Europameister aus der ganzen Welt bei diesen Meetings bisher teilgenommen haben und auch in diesem Jahr am Ende das so war, haben wir gesagt, komm, wir machen das. Wir machen das. Das kann auch schiefgehen. Das kann organisatorisch schiefgehen, weil die Athleten aus der ganzen Welt ja auch nicht kommen am Ende. Die sagen manche vielleicht, ja, wir kommen, aber dann kommen wir doch nicht. Wir wissen nicht, ob die Corona-Situation das am Ende dann wirklich hergibt, mit welchen Problemen wir zu rechnen haben. Also es waren tausend unbekannte Dinge. Aber wir haben gesagt, trotzdem, also den Mut zu haben, etwas anzupacken, den muss man aufbringen, sonst kann man kein, findet man kein Ziel oder bekommt kein Ergebnis. Muss natürlich Realität oder darf nicht realitätsfremd werden. Das ist auch klar. Man muss sich im Sinne beisammen behalten und nicht zu sehr durch die Gegend spinnen. Das darf man natürlich nicht. Man muss dann schon gucken, naja, was ist objektiv mit Risiko, mit Restrisiken verbunden. Also ohne Risiko geht im Leben sowieso nichts. Nur, wie man das so schön sagt, es müssen halbwegs kalkulierbare Risiken sein. Wenn wir jetzt mal gucken, jetzt Sportwinter, wollen wir jetzt so kurz davorstehen. Das war ja eigentlich immer Ihr Steckenpferd. Da war ja eigentlich jede Woche was los in Dessau. Wenn man es so nimmt, wie sieht das jetzt 2020, 2021 aus? Gibt es denn schon Veranstaltungen, die gecancelt sind und wo kann noch Hoffnung bestehen, dass sie stattfinden? Ja, dann würde ich vielleicht drauf. Immer nach einem Satz muss ich noch dranhängen. Bemühe mich auch den, manchmal sind aber auch einzelne Sätze sehr lang, noch zum Meeting. Also es war ein voller Erfolg am Ende und ich will aber nochmal das Besondere herausheben. Malika Mihambu ist unsere deutsche Weltmeisterin. Voriges Jahr in Doha-Weltmeisterin wurden zuvor in Dessau-Meeting-Rekord gesprungen und sie war beim Meeting da und sie hat auch in diesem Jahr Was magst du für eine Sportart? Weitsprung. Weitsprung. Ist im vorigen Jahr 7,05 Meter gesprungen, hat von Heike Drexler den nahezu 20 Jahre alten Stadion-Rekord im Dessau-Greifzu-Stadion verbessert, wurde danach in Doha-Weltmeisterin und wir konnten sie auch im Corona-Jahr zu dem Meeting am 8.9. in Dessau gewinnen und es haben trotzdem auf der Welt einige Leichtathletik-Meetings stattgefunden, also auch ganz, ganz hochwertige. Auch das E-Stuff in Berlin wenige Tage nach unserem. Und um das jetzt auf den Punkt zu bringen, es gibt in den Annalen des Jahres 2020 im Weitsprung der Frauen auf der Welt, also global, gibt es ja so einen Schlager, so ein Lied, 196 Länder gibt es auf der Erde und was weiß ich, 6.000 Sprachen. Die Jahresweltbestleistung im Weitsprung der Frauen auf der Welt ist, das Jahr ist zu Ende, es gibt kein Leichtathletik mehr, 7,3 Meter, wo aufgestellt, im Dessau-Greifzu-Stadion. Also das mal zum Erfolg dieses Meetings und zum Risiko, es hat sich also am Ende wirklich für alle gelohnt. Natürlich durften wir nur 1.000 Zuschauer reinlassen, aber die waren begeistert, wie viel 5.000 Zuschauer. Das war toll. Und die Sportler sicherlich auch, mal wieder zeigen zu dürfen. Genau, und die Sportler, die aus aller Welt kamen, trotz Corona, das irgendwie mit Corona-Tests und mit allen Dingen, die auch eingehalten wurden, das will ich auch noch mal vermerken, weil es da auch Leute geben kann, die irgendwelches dummes Zeug erzählen, bei den Sportveranstaltungen, die stattgefunden haben, hat sich bisher nachweislich keiner infiziert. Also trotz der 1.000 Zuschauer, im Dessau-Greifzu-Stadion und beim Walking-Tag und all bei den Dingen, die wir getan haben, Gott sei Dank, bisher nicht. Also die Hygienekonzepte, die wir sehr umfassend aufgestellt haben, von anderen uns auch, andere uns geholfen haben. Der Dessau-Roslau Handballverein zum Beispiel hat ein herausragendes Hygienekonzept für die Arena entwickelt. Das konnte man umwandeln, auch auf das Leichtathletik-Meeting, haben das mit dem, auch für andere Veranstaltungen, haben das mit den Ämtern der Stadt, die da sehr gute Partner waren, umgemünzt und umgewandelt, sodass die Bedingungen da waren, trotz Corona eben Sportveranstaltungen zu machen. Natürlich geht alles nicht so, wie man es gewohnt ist und auch für die Perspektive, für die nahe Perspektive in den nächsten Wochen und Monaten ist natürlich alles, bleibt alles schwierig und kompliziert. Es war ja Ihre Frage jetzt, wie es weitergeht. Sportwinter, naja, also es wird Winter und es wird auch Sport geben. Dessau-Sportwinter in dem altherkömmlichen Sinne ist natürlich kompliziert, werden wir so nicht hinbekommen. Trotz alledem, wir haben alles vorbereitet, weil die Vorbereitungen ja nicht drei Wochen vorher beginnen. die beginnen, je nach Veranstaltung, beim Meeting ein Jahr, also wirklich zwölf Monate vorher. Bei diversen Turnieren teilweise auch, indem wir die Mannschaften schon binden, weil sonst kriegt man sie halt nicht. Es sind natürlich viele Prozesse schon gelaufen, auch mit viel Arbeit, viel Aufwand, teilweise auch schon hier und da finanzielle Leistungen, die man dann im Vorjahr schon einbringen muss. Also die Hallenturniere sind konzipiert, sowohl der Ford Cup, das Männerturnier, das internationale Handballturnier mit Bundesliga-Mannschaften ist konzipiert, wo es auch Mannschaftszusagen gibt, auch in der aktuellen Corona-Zeit. Weil ja immer, man muss immer von dem Stand jetzt ausgehen oder an dem Tag, wo man die Dinge halt macht, von dem Stand. Und auch das Deutschlands bestes U11-Turnier, was ja in Dessau seit vielen Jahren stattfindet, auch das ist organisiert, nur halt anders. Wir haben Dinge versucht abzuwandeln, Turnierabläufe zu verändern, also Spielpläne Abläufe zu verändern, die Mannschaften, die Anzahl der Mannschaften zu reduzieren, zu minimieren. Also um diese Abläufe in der Arena möglich zu machen, unter Corona-Bedingungen, also mit den entsprechenden Hygienekonzepten, dass es alles erarbeitet, ausgearbeitet steht. Ob wir es dann durchführen können, so realitätsbezogen muss man sein, aus heutiger Sicht schwer vorstellbar. Aber es gibt immer noch einen Rest, ein minimales Restoptimismus und den behalten wir aufrecht. Zum einen, sprich also, wenn der Lockdown oder die Maßnahmen, die notwendig sind, um Corona einzudämmen, weitergehen müssen, dann gibt es da kein Wenn und Aber wahrscheinlich. Dann müssen wir uns daran halten, dann können wir keine Veranstaltung machen. Oder die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden oder werden, gibt es ja ein neues Datum, Stichstag 20. Dezember. Dann muss man sehen, gehen die Zahlen zurück, kann man vielleicht Ende Dezember oder Anfang Januar schon wieder kleine Dinge machen, auch im Sport. Wenn nicht, dann nicht. Dann wird es das in dieser Form zu dem Zeitpunkt so nicht geben. Was ich mich jetzt frage, wenn wir das mal in einem anderen Bereich gucken, Kultur zum Beispiel, Theater, Konzerte etc., da wurde ja viel ins Internet verlagert. Würde das nicht auch beim Sport eine Möglichkeit sein, die Dinge durchführen zu können und dann einfach irgendwo zu streamen? Punktuell oder in bestimmten Bereichen des Sports mag das gehen. Stichwort Cybertraining. Mein Kollege Felix Sielke ist ja aktiver Fußballer und die tun das sozusagen als eine Trainingsform oder andere Vereine. Also viele Vereine tun das. Der 05 bringt das ja auch am Wochenende immer. So eine Internet-Trainings-Einheiten oder bei der DAFK habe ich mit Spannung geguckt. Wegen dem ersten Lockdown hat ein Spieler von der Bundesliga-Mannschaft DAFK, das fand ich mal ganz toll, in einem ganz auf engsten Raum von zweimal zwei Metern hat er eine Übungsstunde gemacht. Also hat das vorgeführt für die Kinder und für alle. Also das kann man machen, ja. Aber es gibt natürlich da Grenzen. Das ist ganz klar. So ein internationales Hallenfußball oder Handballturnier oder ein Hallenmeeting oder irgendwas, das kann ich da natürlich nie machen. Das macht wenig Sinn oder geht ganz einfach auch nicht, weil die Sportler man dafür ja nicht bekommen würde und auch weil das auch unter den Corona-Bedingungen auch das nicht möglich wäre. Und abgesehen davon bin ich auch nicht überzeugt, dass sowas sonderlich gut ankommen würde oder die Wirkung auf die Menschen hat. Also man muss dann, denke ich, klar differenzieren. Das kann in der Musik, Kulturbranche, Punkte, kann das funktionieren, um die Menschen auch mehr weiter zu sensibilisieren oder weiter für die Dinge zu begeistern oder um sie nicht zu verlieren. Das ist auch, es wird noch viele Dramen geben, dessen bin ich mir sicher, die wir jetzt noch gar nicht kennen oder wo wir noch gar nicht drüber nachdenken. Im Sport weiß man nicht, die Sportvereine, es wird vielleicht Tausende hochgerechnet, Zehn- oder Hunderttausende Kinder, Jugendliche oder Erwachsene geben, die den Sport erst mal verloren gegangen sind, weil sie gar nicht mehr trainieren konnten. Ich weiß, sie keinen Lust mehr haben oder so, weil sich die Situation vollkommen verändert hat, die dem Sport erst mal verloren gehen oder Zuschauer in den Bereichen, ob jetzt Bundesliga oder runtergebrochen auf andere Spielklassen. Also es wird viele neue Probleme geben, die man jetzt so noch gar nicht fassen kann. Aber das Problem ist das eine, man muss halt dann immer Lösungen suchen, wie neue Konzepte, neue Dinge, wie komme ich an die Menschen wieder ran. Und so ist das auch bei den Sportevents. Wir werden den Teufel tun und sagen, naja, nun geht hier das Turnier bricht weg und die Veranstaltung bricht weg. Also wir haben das Gegenteil getan. Ich will da gar nicht klug reden. Ich will nur sagen, was wir gemacht haben, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Wir suchen schon länger, auch immer wieder nach neuen Ansätzen in der Sporteventkultur in Dessau und Region. Wir haben viele etablierte Veranstaltungen, wo wir wissen, aufgrund der Resonanz der Menschen, dass diese groß, sehr gut ankommen und dass die Menschen das wollen. Also wir machen kein Event, wo keiner hingeht oder wo die Masse sagt, naja, das interessiert uns überhaupt nicht. Das wird man ja nicht tun. Also wir wollen auch Dinge tun, die die Menschen interessieren. Wobei, das habe ich auch gelernt in meiner jahrzehntelangen Tätigkeit, man kann auch Impulse setzen, um Dinge zu entwickeln. Also den Weg umgekehrt machen, aber nicht so oft wie andersrum. Das muss man natürlich aufpassen. Also ein neues Format zum Beispiel, oder Formate sind wir aktuell dran und ein ganz neues Format ist, das haben wir nicht neu erfunden, wir greifen es auf, Pregdance ist 2024 in Paris Olympisch. Wissen viele noch gar nicht, darum sage ich es hier. Und Pregdance hat auch eine Dessauer Historie. Dessauer, was ich als, bin zwar Jahrzehnte in Dessauer, bin kein Dessauer, bin ein Vogtländer und habe nicht zu allen Dingen aus der ganz weiten Vergangenheit den Zugriff. Dessauer, es gibt ja einen Kinofilm Dessau-Densers, ich habe mir den nochmal angeschaut jetzt, da wird ja so ein bisschen das dargestellt, also Dessauer war der Ursprung für die Pregdance-Entwicklung in der DDR von 85 bis 90, also eine relativ kurze Zeit und dann in Dessauer wurde es erfunden, wie die Schweizer so manche Dinge erfunden haben. Und die Dessauer den Pregdance für Dessau neu erfunden, haben den sozusagen in Umlauf gebracht und dann die Pilze aus dem Erden wurden in Leipzig, Berlin und überall in allen Großstädten war dann Pregdance. Aber Dessau war sozusagen ein Stück weit mit Geburtsstunde, davon handelt ja der Kinofilm und das schwirrte immer im Kopf herum und wir haben also jetzt am 17. April ist es geplant und da denke ich, denken wir, dass Corona soweit ist und wir mit Corona, dass wir diese Veranstaltung in der Arena durchführen können. Die war jetzt schon geplant für den November und die war unter der Corona Kapazität ausverkauft und es ist aber noch also das heißt eine vollkommen neue Geschichte dort treten, dort starten also Sportler auf allerhöchstem Niveau die also Perspektive Olympische Spiele 2024 in Paris haben das wollen wir da zeigen und das zeigen wir jetzt am 17. April also wir sind das ist eine konkrete erste Veranstaltung die wir neu präsentieren werden im neuen Jahr und sind schon an zwei weiteren dran die wir auch neu kreieren und dann vielleicht 21 oder 22 machen werden natürlich wird es noch Tiefschläge geben wenn die Winterveranstaltungen jetzt im Jahr noch nicht stattfinden können tut uns das weh also richtig weh emotional wie auch faktisch das sind natürlich auch mit vielen Kosten abgesehen von der vielen vielen Arbeit die man dort hinein steckt mit vielen Kosten verbunden das muss man auch alles irgendwie abfangen und hoffen dass die Partner zum einen auf der organisatorischen Seite uns erhalten bleiben da mache ich mir nicht die Sorgen wir sind vernetzt mit vielen vielen Partnern Institutionen Organisationen Sportvereinen Einzelpersonen in Dessau und der Region das ist immer ein Gemeinschaftswerk diese Veranstaltungen was ja auch allen gut tut das ist ja die Veranstaltungen sind für alle da sozusagen und sind natürlich der großen Hoffnung und appellieren oder ich würde es an dieser Stelle auch appellieren nicht nur für Anhalt Sport und für unsere Events an alle die im Sport die im Sport im Sponsoring an Firmen Einrichtungen an Geldgeber generell auch an den Staat also sprich an oder an die Strukturen an den Landessportbund an die Sportverbände an das Landesverwaltungsamt an Herrn Stahlknecht als Sportminister an die Landesregierung alle die haben natürlich tausend Probleme hat aber jeder die tausend Probleme aber auch dafür zu sorgen dass der Sport in seiner gesamten Vielzahl in seiner Breite eben nicht in ein tiefes Loch fällt und sowohl der Kinder- und Jugendsport der Breitensport und der Spitzensport auch in den Regionen also sprich auch in Dessau das ist ja Dessauer Handball das ist das sportliche Aushängeschild dieser Stadt natürlich weiter funktioniert die spielen bisher eine tolle Saison in der zweiten Bundesliga das muss erhalten bleiben das ist ein Aushängeschild für uns und das hat auch eine psychologische Wirkung für unsere Menschen wir sind Oberzentrum Dessau was man oft nicht spürt in der Außenwahrnehmung das hat viel zu bieten in der Kultur in vielen Bereichen aber auch im Sport und das ist auch für die Identifikation der Menschen unheimlich wichtig sich mit seiner Stadt mit seiner Region mit seinen Dingen zu identifizieren daraus schöpft man auch Kraft und das ist ganz wichtig und darum ist es sehr wichtig also mein Appell an all diese Partner insbesondere natürlich an die Dessauer Wirtschaft so schwer es der hier und da Punkte auch schwer fallen wird wenn die Wirtschaft nicht floriert können sie können sie wenig Sponsoring betreiben das ist also ein Kreislauf da muss auch der Sport überlegen wie kann ich der Wirtschaft helfen natürlich nicht so viel wie umgekehrt aber er kann auch was tun und all diese Prozesse versuchen wir halt auch bei unserem ganz kleinen Teil bei dem ganz ganz im Makrokosmos insgesamt sind wir ein winziger Teil der aber zur Lebensqualität dieser Stadt beiträgt und das haben wir uns wie ich eingangs sagte auf unsere Fahnen geschrieben und das wollen wir mit Anhalt Sport und den vielen vielen Partnern und es ist uns gut gelungen in den letzten Jahren und diesen erfolgreichen Weg wollen wir auch weiterführen Super ich meine ich muss Sie jetzt gar nicht mehr fragen wo Sie modern denken und was modern denken für Sie bedeutet das haben Sie ja gesagt immer wieder neue Ansätze zu finden ohne das alte zu vergessen und das war jetzt was Sie gerade gesagt haben eigentlich den Sport auch nicht zu vergessen auch ein super Schlusswort und dann würde ich mich jetzt einfach bei Ihnen bedanken und so viel wie Sie bestimmt noch zu erzählen haben komme ich da auch noch mal aber ich sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal Ja ich bedanke mich auch war ein nettes nettes Thema nettes Gespräch und vielleicht interessiert es den einen oder anderen und man kann ja aus den Dingen auch immer wieder Anregungen nehmen ich tue es auch sehr gerne und wenn das alle tun dann kommen wir auch weiter Sie hören den Sachsen-Anhalt Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt ich teig die ich teigere ich teigere